und damit welcome back zu einer neuen klitzekleinen folge heute mit flicker of hope ich habe mir das projekt deswegen rausgesucht da ja demnächst little nightmare 2 rauskommt auf dass ich schon sehr gehypt bin und das zum setting her sehr ähnlich ist dementsprechend dachte ich mir um so ein bisschen in stimmung zu kommen schauen wir uns das heute einfach mal an dauert eh nur eine folge lang es ist ein kurzes spiel aber es ist auch so ein bisschen gruselitsch und dementsprechend ja lange rede gar kein sinn starten wir jetzt einfach durch und schon sind wir tot ende anscheinend hatte ich recht oder auch nicht hört sich jemand an wie ich scheiß raucher husten bruder so und wir sind diese süße kleine kerze neben dieser süßen kleinen leiche vielleicht sollte ich doch aufhören zu rauchen nicht dass ich auch mal so ende gut leute starten wir mal durch ok wir können uns hier bewegen ansonsten können wir nichts großes machen wir sind hier diese kleine kerze und wir haben hier zwei kerzen brüder auf dem ständer sehr schön und es ruckelt wie hölle warum auch immer so ok gehen wir mal voran wir müssen nämlich schnell sein weil wir wachs verlieren also wir schrumpfen über die zeit dementsprechend müssen wir immer so schnell wie möglich zu den nächsten ja was ist das wachshaufen kommen da können wir uns dann wieder aufladen und wieder eine große starke kerze werden und so hangeln wir uns jetzt einfach mal von wachs zu wachs und gucken was uns erwartet ist ja alles relativ easy nice so jetzt ist zu ende oder game over die kerze ist erloschen und da sind wir wieder okay das sollte demonstrieren dass die kerzen unser leben darstellen oder wie also haben wir jetzt noch ein versuch dann letztendlich beziehungsweise zwei versuche mit diesen ok und wir haben jetzt dieses komische teil was wir benutzen können oh ok 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 wie habe ich das gemacht einfach nur einmal so ok alles klar so damit sind wir unsichtbar keiner kann mich sehen aber ich muss mich beeilen ich darf nicht so viel rumlabern so wo müssen wir denn hin schauen wir mal weganweisung haben wir nicht wir müssen wahrscheinlich da hinten einmal durch die tür dann laden wir uns mal kurz mal wieder auf schnell kleine kerze ok ich höre schon wieder den alten raucher husten die raucherlunge so schleichen wir uns mal vorbei zack ich bin unsichtbar du kannst mich nicht sehen du bist du ich nicht so checkpoint oder ok 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 hier schnell runter unter den tisch bringt es was oh 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 ich mach lieber mal wieder das hütchen drauf du kannst mich nicht sehen weiche weiche habe ich gesagt oha oha schnell unter den ding unter den stuhl schnell 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 ok 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 ich habe es geschafft easy ok unter sachen bin ich sicher meistens meistens oh das meistens macht mir irgendwie Angst ok das brauchen wir jetzt nicht die sieht mich eh nicht you can't see me I'm not here I'm not here habe ich gesagt nein 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 geh 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 oh nein ok 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 sie sieht mich doch sie ist doch nicht so blind wie ich dachte naja wir haben ja noch ein paar Leben ne so wir machen jetzt einfach Speedrun und laufen jetzt hier einmal richtig krass durch pass auf oh 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 nein ich bin nicht hier ich bin nicht hier ich bin nicht hier ich bin immer noch nicht hier übrigens oh 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 ok also ich bin am Arsch bin ich verdammt okay ich muss dieses Hütchen konstant aufhaben sonst funktioniert das nicht und die Leben schwinden hervorragend ich wollte es nur spannend machen Leute ich wollte es einfach nur spannend machen Los, geh weg, du alte Hexe. Keiner will dich. Keiner mag dich. Deswegen bist du auch so, wie du bist. Obwohl, eigentlich kann ich jetzt schnell machen, oder? Sie ist ja gar nicht da. Schnell, 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 schnell. Hütchen auf. Sie kann mich nicht sehen. Sie kann mich nicht sehen. Wachsen, wachsen, wachsen. Und weiter. Laufen, 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 laufen. Lauf, Kerze, lauf. Hütchen. Nein, 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 nein. Kann ich hier hoch? Nein. Wo muss ich denn dann hin, Leute? So, ich wollte es so spannend machen, ne? Wie schon erwähnt. Okay, wir warten jetzt ab, bis die Alde wieder nach oben wandert. Dann machen wir Speedrun. Ne, 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 geh du doch jetzt da hoch. Da oben sind deine Zigaretten. Fräulein. You can't see me. Los geht er hoch. Ja, ja, genau. Perfekt. So, bam. Und los. Run, run, run. Kleine Kerze. Run. Laden. Nein, es kommt schon wieder. Hütchen. Hütchen, 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 Hütchen. Kommt eh gleich wieder, oder? Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Hier lang? Oh nein, ich werde immer kleiner. Kann ich hier hoch? Ich kann nicht springen, wenn ich das Hütchen... Verdammt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Ich bin Doom. Hä? Das ist jetzt das letzte Leben. Wie gesagt, ich würde es spannend machen. Richtig spannend. So, dass ihr richtig mitfiebern könnt. So, alte Lady. Ich habe gehört, da oben liegt noch eine Schachtel Marlboro. Gönn dir. Gönn dir Marlboro. Fein. So, kurz aufladen. Ich mache jetzt mal ein bisschen safe, okay? Oh, oh. Ich bin nicht hier. You can't see me. Nein. Wieso ich? Okay, ich brauche eine neue Taktik, Leute. So funktioniert das nämlich nicht. Okay, ich habe unendlich Leben. Das heißt, ihr könnt unendlich oft sehen, wie unendlich oft ich mich dumm anstelle. Weil ich einfach nicht weiß, wo wir hin müssen. Weil ich blind bin. Hey. Lass mich kurz mal da durch. Nein, nein, nein. Okay, okay. Ich finde jetzt den Weg. Ich kriege das jetzt gebacken. Mann, wo ist der Kackweg, Mann? Wo muss ich hin? Okay, dreimal sterbe ich noch. Dann geht es weiter. Oh, nein. Ich muss hier durch. Wo muss ich hin? Letzte Question. Büchers. Habe ich es? Hat sie mich? Kann ich da unten durch? Ist das der Weg? Speedrun. Drei, zwei, eins. Gewonnen. Los. 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 Geh weg, du Hexe. Geh ins Raucherabteil. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht hier. Ich habe gesagt, ich bin nicht hier. Kein Kommentar. Erste Hürde. Ich komme nicht weiter. Ein klassischer To-Back. Egal. Das machen wir schon. Geh mal weg. Ich schmelze. Ich versuche jetzt, ich versuche jetzt da in diese eine Lücke zu kommen. So, ganz schnell, 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 schnell. Sie ist gar nicht da. Sie ist gar nicht da. Ich kann jetzt nur noch gewinnen. Achtung. Lücke suchen. Ich glaube, dazu muss ich das Buch hier wegbewegen, oder? Aha. Aha. Oh. Holy moly. Oh, er schreckt mich doch nicht so. Ich habe es doch mal im Herzen. So, ich kann einen Buddy von mir machen. Eine Kuh. Okay, und wie kann ich den jetzt? Use the Arrow Keys. Ach, du Scheiße. Das ist ja kompliziert. Hä? Nochmal. The Arrow Keys. I got the Arrow Keys. So. Wo muss ich hin? Ich muss dann... Ah, ich muss wahrscheinlich dann rechts weiter. Haben wir nochmal einen kleinen Buddy von mir? Hallo. Fang mich doch. So, währenddessen kann ich mir hier schön ein Lens machen. Oder auch nicht. So, lauf, 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 lauf. Wo müssen wir hin? Hier hoch. So. Ah, Checkpoint. Leute, Checkpoint. Wind. Oh, ein Soundproblem. Okay, cool. Sie ist weg, die alte Hexe. Sehr gut. Dann haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe. Unter Druck kann ich eben nicht arbeiten. So, gut. Erstmal mal kurz aufladen. Dann gehen wir noch einmal nach unten. Schauen erstmal, wo wir hin müssen. Achso, ich hätte... Okay, ich verstehe. Ich muss hier gerade runter. Wachse, kleine Kerze. Wachse. So. Okay, können wir jetzt hier irgendwo durch? Nein? Okay. Hier lang? Okay. Okay, nee. Ich will nicht wieder zurück. Muss doch da hoch, die Treppen, oder? Muss doch da irgendwie die Treppe hoch. So. Komm schon. Nice. Checkpoint. Na, 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 na. Ich bin eine kleine Kerze. Mir kann keiner was. Da hoch, bitte. Großartig. Okay, cool. Dann wachsen wir wieder ein bisschen. Na, 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 na. Die mächtige Flamme. Wir haben wir hier runter. Okay, was haben wir hier? Okay, Fräulein holt Kippen. Alles klar. So, erstmal brauchen wir nochmal hier ein Buddy, wa? Ich meinte Buddy, nicht den Hütchen. Komm. Kuh. Okay, zur Ablenkung. Das ist kompliziert hier. Lauf, kleiner Buddy. Okay. Okay, dann müssen wir nochmal einen machen. Ich drücke Kuhl, Leute. Es passiert nichts. Jetzt. Kleiner Buddy. Führe sie in Versuchung. Okay, cool. Das Lagerfeuer da hinten kann ich doch... Hey, hey, hey. Kann ich doch bestimmt... Ihr könnt mir gar nichts hier. Ich wachse und gedeihe. Okay, die gehen dann kaputt, wenn man... Wenn die einen angreifen. Oder angegriffen haben. Komm, ich will nochmal einen Buddy. Wir schauen, ob ich das Lagerfeuer da hinten... Das Lagerfeuer. Den Kamin entzünden kann. Lass mich durch. Ja, funktioniert, bringt mir aber irgendwie gar nichts. Na gut. Ich brauche nochmal einen Homie. Okay, wo muss ich denn dann hinrennen? Das ist der question. Okay, lauf, 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 Kerze. Sehr schön. Ich schwöre es euch. Genauso höre ich mich auch an... Irgendwie frühmorgens nach dem Aufstehen. So keuche ich auch. Ah, okay. Da sind wieder Viecher. Ich glaube, da hole ich mir lieber nochmal einen Buddy. Falsche Taste. Na komm. Wir gehen zu zweit auf Tour. Let's, Fats. Lauf, lauf, lauf. Okay, habe ich. Bleib, wo du bist. Alte Hexe. Bleib, wo du bist. Schön in deiner Raucherkabine da hinten. Da gehörst du hin. Ich bin nicht hier. Can't see me. Aber ist schon ein geil gemachtes Spiel, oder? Atmosphäre taugt mir richtig gut. Wie gesagt, das hat so ein bisschen was von diesem, von Little Nightmare. Dementsprechend war es mir wichtig, hier mal reinzuschauen. Oh, ähm, ja. Hm, 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 hm. Brauche ich nochmal einen Buddy, hm? Nein. Böse. 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 Aus. Geh weg. Geh in deine Raucherkabine. Ich bin nicht hier. Ich will nichts mit deinem Lungenkrebs zu tun haben. Sag einmal, wie lange verfolgt die mich denn? Oh mein Gott. Okay, hey, hey. Hey, ich habe Hütchen. Lass mich. Okay, cool. Okay, okay. Dreh dich um. Sehr gut. Und laufen. Laufen, 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 laufen. You can't see me. Die Bank schützt mich. Die kommt wieder rüber, oder? Nee. Ah, sie geht zurück. Sehr gut. Okay, wir rushen jetzt hier durch. Das geht schon. Au. Au. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das nicht. Oh. Ganz close. Okay, wo müssen wir hin? Müssen wir da vorne rechts rein? Ist das der Weg? Auf, lauf, 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 lauf. Komm schon. Kleine Kerze. Hier durch. Hervorragend. Hervorragend. Nice. So. Checkpoint. Und überall wird es wieder schön hell. Es wäre der Licht. Okay, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Tür ist zu. Hoch kann ich hier auch nirgends. Gut, question, next question. Vielleicht da hinten rein? Sieht doch so aus, oder? Ja, hier sind wir richtig. Oh man, wieso muss ich mich so erschrecken? Ich glaube, ich muss meine Hose wechseln. Ich habe mir eingeschissen. Nicht Spaß. Ich bin nicht schreckhaft. Geh weg, Buch. Du störst mein Vorhaben. Ah, mal kurz aufladen hier. So, perfekt. Perfekt. Lauf, Kerze. Okay, perfekt. Einmal unter die Bank. So, hier ist nochmal ein Checkpoint. Und da ist die alte Raucherfrau wieder. Okay, ich muss hier unter den Tisch. Du kannst mich nicht sehen. Du kannst mich nicht sehen. Gott, ist sie eklig. Sie ist so eklig. Nein. Lass mich da nochmal runter. Ich muss aufladen. Ich muss auf meine Ladestation. Verzieh dich. Ich schaff das nicht. Wo ist das nächste Ding? Ah, hier. Perfekt, perfekt. Einmal hier durchlaufen. Laden. Entsichern. Weiter. Lauf. Lauf. Nein, 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 nein. Ach, so close, Mann. Oh, sie war doch am anderen Ende, Mann. Wie kommt sie denn da so schnell hin? Okay, Speedrun. Okay. Ich muss eigentlich, während sie da versucht, nach mir zu fischen, gleich weiter. Genau. Okay, okay, okay. Vielleicht können wir hier nochmal unter den Table. Oder schaffen wir es jetzt doch durch zu rennen? Ja, easy. Jetzt schaffen wir es. Sehr gut. Cool. Next step. Ah, das sind wieder solche Mistviecher. Einmal das Ablenkungsmanöver, bitte. Und let's go. Oh mein Gott, doppelab... Oh Gott. Oh mein Gott, wie viele sind das denn? Ja, äh, keine Chance. Okay, okay, da muss ich... Da muss ich ein paar Buddies schicken. Da muss ich ein paar Buddies schicken. Das schaffe ich so nicht. Musste erst mal zerstören. So, mache ich mir jetzt hier... Wieder mal falsche Taste. Klassischer To-Back. Mache ich mir jetzt hier mal wieder ein paar Buddies. Schicke ich jetzt alle mal auf Mission. Nummer 1. Ist er schon tot? Keine Ahnung. Nächster. Wollen wir es mitgehen, damit wir schauen können, was passiert. Okay. Nächste Fliege ist kaputt. Hier ist meine Buddies. Man muss Opfer bringen. Werden das überhaupt weniger? Ich weiß es nicht. Wir könnten auch... Einfach hier in der Nähe bleiben. Und sagen so... Yo, fress mich. Ah, okay, die... Ah, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, das müssen wir anders machen. Ich muss jetzt mal ein bisschen Suicide unterwegs sein. Los. Äh, greift ihr mich an? Ich dachte, die zerploppen. Wieso zerploppen die nicht? Ich mache jetzt nochmal ein Buddy. Los. Give me a Buddy. Kann ich auch mehrere machen? Nee, wie soll ich die denn lenken? Okay, einfach schnell durch vielleicht? Ja, ja, das klappt, das klappt. Nein, das klappt nicht. Das klappt. Ach, Gott sei Dank. So, perfekt. Einfach rennen war die Lösung. Oh nein. Oh nein. Frühelein. Wir haben ein Problem. Die Kippen sind alle. Wo muss ich hin? Okay, hier nicht. Ich muss da hin. Okay, pscht. Okay, pscht, pscht. Verdammt. Ich muss da in die Mitte. Frühelein, darf ich kurz mal tanken gehen? Ganz kurz. Ich bin auch gleich wieder weg. Okay, okay. Hier einfach vorbei. Nicht stecken bleiben. Vorbei. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, einmal hier durch. Wieso habe ich so Soundprobleme? Bei diesem Spiel. Au. Okay, wir sind einmal durch die Decke gestürzt. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Alternativweg. Oh, hier ist so gruselig. Geht's hier hinten weiter? Nee. Ich bin nicht hier. You can't see me. Was machst du da für einen Tanz? Los, weiche von mir, Zombie. Ich glaube, ich muss sich einmal durchschleichen, oder? Warte mal. Noch ein Stück. Laden. Weiter. Dann hier rein. Unsichtbar werden. Weiter gehen. Okay, okay. Laufen. Laden. Oh, nein, 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 nein. Ich bin nicht hier. Okay, du kannst mich nicht sehen. Du kannst mich nicht sehen. Die alte Frau auf der Suche nach ihren Zigaretten. Willst du sie jemals finden? Wir werden es nicht erfahren. Okay, okay. Oh, ich brauche Wachs. Oh, Gott sei Dank. Große Litsch. Okay, wo muss ich hin? Dann die Treppe hoch, ne? Voll daneben gesprungen. Oh, die Steuerung ist aber auch manchmal ein bisschen... Beziehungsweise die Kameraführung. Nein. Ich höre sie schon wieder keuchen. Die alte Hex. Okay. Schauen wir mal, was uns erwartet. Das ist schon echt geil gemacht. Das sieht super gut aus, das Spiel. Warum ich jetzt hier Soundprobleme habe, weiß ich nicht. Aber, mein Gott. Ich muss mal jetzt durch. Nein. Aus. Okay, kein Problem. Ich bin die stärkste Kerze im Land. Keiner kann mir was. What the fuck? Nein. Das sind deine Kippen nicht. Ich bin nur eine Kerze. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich bin hier nicht. Ich schwöre. Ich schwöre. Oh, Mann. Hätte ich da rüber müssen, oder was? Dann habe ich wieder nicht geschalten, Mann. Ich höre mal, wie süß ich eigentlich bin. Mit den Augen. Geil. Nee, da oben muss ich nicht hin. Ich muss an ihr vorbei, oder? Ich weiß es nicht. Aber es sieht mir nach Erhöhung aus. Also, ja, doch, doch. Passt schon. Ich bin unsichtbar. Oh, da sind jetzt auch noch Viechers. Ich erleuchte mir den Weg nach draußen. In die Freiheit. Meine einzige Schwäche sind Treppen. Unendlich lange Treppen. Jetzt aber schnell. Okay, wo sind wir hier? Ist hier der Bossfight? Werden wir hier endlich Zigaretten finden? Okay, einfach mal straight geradeaus, oder? Würde ich sagen. Von Wachsspur zu Wachsspur. Und da ist sie, die gute. Und da ist sie, die gute. Und gestempelt. Es ist geschafft, meine Freunde. Wir haben die alte Raucherhexe besiegt. Und da ist sie, die alte Raucherhexe besiegt. Und da ist sie, die gute Möglichkeit, manchmal, Wege zu finden. Aber ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und der Hype is real. Bald kommt Little Nightmare 2 raus. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das werde ich dann auch zocken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Tschüssi Gorski.